Und sie fanden ihn zuerst. Weiter geht's. Desmonds Reise, Teil 2, Training. Los geht's. Ich hätte jetzt erstmal alle machen. Erinnerungssequenz archiviert. Leerlaufparameter werden neu kalibriert. Die Morgenglocke. Gott, hab ich die gehasst. Sie läutete fünf Tage die Woche, kurz vor Dämmerung. Wir Kinder mussten noch vor den Vögeln aufstehen. Los, Desmond, steh auf, nicht trödeln. Frühsport. Jeden Tag. Dann schnell am Bach waschen. Und Haferflocken und Apfelsaft zum Frühstück. Bah. Ich bin sicher eine Million Meilen marschiert, bevor ich zehn war. Aber es war nett. Ich mochte es draußen in den Bergen. Die Stille, die frische Luft, den tiefen, dunklen Wald. Das Knirschen der Stiefel auf dem Kies. Sieht man Rapid City von hier? Nein, nein, das ist viel weiter östlich. Das Knirschen der Stiefel auf dem Kies. Das Knirschen der Stiefel auf dem Kies. Ich seh erst später, dass da jetzt was ist. Okay, jetzt weiß ich aber. So. Okay. 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 Wo springe ich denn hin? Wo springe ich hin? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Worum es in diesem Krieg geht? Wofür wir kämpfen? Die haben mir nie viel erzählt. Gerade genug. Und immer verschleiert. Geheimnisumwogen. Zu meinem Schutz, sagten sie. Also blieben wir versteckt, draußen in den Black Hills. Hätte irgendjemand entdeckt, wer wir waren oder was wir taten, so hätte das fatale Folgen gehabt. Sie sind überall, Desmond. Haben überall ihre Finger drin. Politik, Krieg, Finanzen, Hightech, Landwirtschaft. Die Menschheit schläft und während sie träumt, holt Abstergo einen Albtraum. Abstergo. Zum ersten Mal, als ich diesen Namen las, war es auf einer Packung Ibuprofen. Mom lachte, als ich sie danach fragte. Es gibt keinen drin, sagte sie. Wir müssen unsere Schlachten wählen. Es gibt so viele davon. Sie sagte, in jedem amerikanischen Haushalt gäbe es zu jeder Zeit mindestens drei Dutzend Produkte von Abstergo. Der Versuch, sie auszusortieren und wegzuwerfen, wäre ein Vollzeitjob. Das ist es also. Abstergo. Die globale Verschwörung. Die Finger überall drin. Regierung, Firmen, Universitäten. Bei Mom und Dad klang es so bedrohlich. Aber es fühlte sich nicht bedrohlich an. Ein Feind braucht ein Gesicht. Aber ich sah nur eine Packung Schmerzmittel. Tja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und hier und da eine blutige Nase Fokus, Desmond, Fokus Wie weit wollten Sie mich wohl treiben? Stärke, Tempo, Beweglichkeit, keine Ausreden Ich hielt es nicht aus, wozu das alles? Jahr für Jahr dachte ich, irgendeine riesige Katastrophe stünde kurz bevor Ich wusste nicht, was zu erwarten war Läber? Yeah Bist du Jesus? Bist du glaube ich mal updated? Bis dahin Bis dahin . Eines Tages wirst du verstehen, du wirst sehen, all die Mühen, sie werden sich lohnen, versprochen. Wenn sie ehrlicher gewesen wären, mir mehr Sachen und Orte gezeigt hätten, vielleicht hätte dann alles mehr Sinn ergeben. Nummer 2, fertig. Sehr gut. 2 von 5. Läuft es bei uns, vielleicht mache ich noch 1. Ich denke, ich mache noch 1. Die restlichen 2 dann am Anfang der nächsten Folge. Und, ähm... Genau. Ja, das hören wir jetzt nicht nochmal an. Ich gehe einfach direkt in 3 rein.